wenn das mal die sache man weiß es ja nicht natürlich neue revolver freigeschaltet und battlepacks silber beweg hast du tyson kai sie mal tyson war gar nicht hier das war ein video chat vielleicht ist er noch da oh fuck ihr bullen hat sie hergeführt nicht wahr tut mir leid die hatten es auf dich abgesehen hallöchen tyson das wird ja immer besser hey dann kumpel tap ist weg und deine leute sind tot hey das sind nicht meine leute ok ich schenke denen nur manchmal was klar wer will dich umbringen tyson tja sowas erfährt man halt normalerweise nicht vorher sag uns wo du bist wir können dir helfen sorry da habe ich meine zweifel verdammt und jetzt wenn wir tyson nicht kriegen ist er tot zentrale hier 13 wir müssen dringend eine ip verbindung nachverfolgen 13 verfolgung läuft und wir sind verbunden brauchen noch ein paar minuten 13 verstanden also los die jungs werden noch eine weile brauchen dafür aber nicht wo er ist zum wagen gelangen kann ich die tür aufmachen ich kann ein japanerin recht ok schnell raus hier warum auch immer wir kommen bestimmt letzte bekannte position ok das wird heute alles können wir ja auch ich weiß halt nicht wenn du deinen markt zu müssen sneaky vorgehen jetzt kommt bitte 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 das war aber jetzt knapp hohohoho alter futter ey so wie heute zum beispiel oder irgendwie eine schüsserei hey was soll das was es gibt meldungen über eine schießerei hammer was was und was der hat was hat und und du tun Boah, wie fett ist das denn, ey? Ach, wo denn? Ach, da ist einer. Wo ist er denn? Ich sehe den nicht. Mehrere Meldungen zu einer Schießerei. Alle Einheiten. 1049. Das heißt? Wir müssen hier echt übelst schnell weg hier. Geile Sache. Boah, macht das Spaß, ey. Polizeiarbeit. Also das ist das erste Mal sowas mit richtig Polizei, wo man auch so eine Sache macht. Das ist richtig Füller-mäßig, finde ich. Das ist nicht geil, ey. Richtig, richtig, richtig? Okay, erst anklopfen. Und dann? Auftreten. What? Suchungsbefehl habt ihr, oder? Ganz ruhig jetzt. Geil. Scheinst du dich wohl mit deinen Grundrechten auszukämmen? Wir sind nicht hier, um dich zu verhaften. Raus hier, los! Ich hole meine Sachen. Hey, erklärst du uns bitte mal, was los ist? Ich mache den ganzen Tag nur eins. Tabellen ausfüllen. Auf der Straße war ich schon ewig nicht mehr. Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Mehr weiß ich nicht. Können wir das woanders... Wir halten, um Druck auszuüben. Okay. Ja. Ja. Ich weiß, ich weiß. Halt einfach durch. Wir sind nicht wegen dir hier. Ich muss bestimmt jetzt... Feuern. Ich bleibe bei dir. Machen wir jetzt schwitzt die langsam. Leck mich! Hammer! Und macht die Kopfschmerzen! Oh, geil! Oh, geil! Oh, wie geschwitzt! Wieso ist das geil, das Spiel? Oh, und über die Schutzflöcher! Oh, ich bin nicht dran! Kai, bleib bei mir! Boah! Hammergeil, ey! Hammerfett! Oh, scheiße! Sie ist tot? Kai! 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 Scheiße! Kai, halt durch! Boah, wie fett ist das denn? Ach, 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 ach! Geil! Hey, diese Kraft ist im Kopf! Sie ist verwöhnt! Richtig geil! Ich glaube, es ist die Arterie. Ja, du hättest leicht verbluten können. Hände hoch! Mach vor! Das ist ja mal eine Begrüßung. Detective, wer ist das? Äh, du meinst den? Kennt sich mit Tabellen aus. Hammerfett! Episode 1, Schule hat begonnen. Captain Dawn mag seinen Dingsbums, so und so und so. Schwierigkeitsgrad 3 von 3. Haben wir. Ah, 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 ah. Hammergeil. Ähm, das ist in Episoden eingeteilt. Ah, okay. Und jetzt gleich kommt Episode 2, Abgang. Kai war der letzte Woche verletzt, außer Gefecht und so und so und so und so. Alter, ist ja geil. Cool. Nächste Episode... Boah, kann ich jetzt schon... Ah, ich kann schon eher draufklicken. Okay. Puh, macht das Spaß, das Spiel. Das war... Boah, das... Ey, das Spiel ist richtig effettlich. Ich kann es nur jedem jetzt schon ans Herz legen, ey. Boah, geil, ey. Und die ganzen Lichteffekte und das... Ey, das ist so geil, ey. Boah. Aber wie gesagt, man muss sich aufs Wesentliche konzentrieren, aufs Spiel. Und die Story ist wirklich richtig geil. Thriller-mäßig so wie ein richtig... Wie so... Ja, wie so... Wie ein... Ähm... Kopffilm. Sekundärwaffe. Ah, guck mal, hier können wir da noch die Dings aus. Gadgets. Habe ich da leider noch keine. Nahkampf. Natürlich... Ah, nehmen wir erstmal... Aber nehmen wir den Knüppel lieber. Der tut, ich glaube, eher mehr weh. Pistolenmäßig. Wie gesagt, hatten wir ja noch andere Waffen. Ähm... Ich will aber... Ich würde... Ich würde mal gerne... Ach, guck mal hier, warte mal. Tarnung. Oh, ist ja geil. Mündung. Da haben wir leider noch nichts freigeschaltet. Schade, schade, schade. Bei der Waffe auch nicht, ne? Ne, guck. Ähm... Wir behalten trotzdem... Boah, guck, wie viele Waffen es gibt, ey. Die ist echt gut. Weil... Guck mal, die andere, wenn ich jetzt auswähle... Die ist am besten. Okay. Verlassen. Und weiter. So, wir wollen ja weiterspielen. Wir wollen zocken. Ach, scheiße. Hier. Ja, verstehe, verstehe. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als... Bojen. Endosa? Hast du eine Sekunde? Bitte? Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Kai. Detective Dow ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen, aber ich nicht. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mit Stollard gesichert hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Tyson Latchford denn dazu gesagt? Mr. Latchford hat, wie sich herausstellte, einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Leo Ray, alias Stingray, Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Bestanden? Ja, Sir. Gut. Dann macht hin. Gut. Und immer hat's mit Kolumbien zu tun. Ist ja meistens so. Ich glaube, wir sind jetzt in Kolumbien. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr in Miami, oder? Und hat DOS recht? Gibt's bei uns verletzt? Wenn DOS besorgt ist, sollten wir es auch sein. Auch. Hey. Alles okay? Ja. Alles gut. Passt. Es passt schon. Korrupte Kopfstas. Kapier ich nicht. Ach echt? Wirklich? Ja. Scheiß Arbeitszeiten und der Lohn erst. Ja. Aber sonst ist doch alles toll, oder? Da ist unser Mann. Okay. Bleib beim Wagen und pass auf. Bleib beim Wagen. Warum will ich euch? Blöde Idee. Wer ist das? Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte eine bedrohte Tierart sehen. Wer ist das denn zu fassen? Ich wollte DOS sprechen. DOS schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Durst dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch machen wollen. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpass mein Spiel. Gehen wir. Die kannst du mir geben. Die kannst du mir geben. Hey, Finger weg. Hey. Man sagt, du hast Tyson Ledgefond erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für DOS. Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich hab alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn ab. Leo, verdammt. Weg, weg, weg. Wo kommt das denn jetzt auf einmal? Wer sind diese Typen? Die wissen doch, dass Hannah ist alles. Hä? Okay, er wartet. Was ist jetzt los hier, ey? Hier. Huh, das wird er weiß. Holter. Jetzt gehts ja richtig klar, ey. Nick, verfolgt Leo. Ich geh außenrum. Ja, Leo, 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 ist da jetzt aber hier. Mal kurz hier jetzt aufwarten. Boah, ist die Grafik geil. Ja, was glaubst du eigentlich, was ich hier mache, ja? Boah, ist das Spiel geil. Will da nicht lang noch einmal nach oben? Ne, doch nicht. Boah, ich kann sowas nicht alleine machen.